Was versteht denn die gute Frau von Automotoren? Sie hat gesagt, wie das, der Mann war masculin. Ich hatte nicht die Abitüde, dass sie nicht in die Hand gehen können. Also, was ich habe müssen hören, die Frau kann das nicht oder sie hat nicht die richtige Frisur. Ich habe mir keinen kleinen Skandal, nichts zu leisten. Ich denke, es gibt noch diese Diskriminierung. Ist jetzt alles gut? Nein, natürlich nicht. Man kann immer etwas ändern. Man muss sich trauen, man muss gehen, man muss fürchten. Es muss sehr lange leben, um zu gewinnen. Es muss trotzdem weitergehen.